Der Gemeinschaftsgarten Berlin Friedrichshain, Landsbergerecke, Petersbohrstraße. Mitten in der Stadt Berlin Friedrichshain. Der Garten ist westseitig, ab 15 Uhr Sonne. Mitten in der Stadt Berlin Friedrichshain. Es ist ja immer noch Frühjahr, sehr schön gepflegter Garten, zum Ausruhen und Erholen. Wie gesagt, ab 15 Uhr ist ja die Sonne, wenn sie scheint, wozu halt mal Glück haben. Hier ein schönes Blutbild angelegt. Unweit mal wieder sein. Noch mal in Parkbank. Dann sind wir durch den Gemeinschaftsgarten Berlin-Friesstein, Landsberger Elke Petersburg auch schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen, schönen Tag, schönen Nachmittag. Bis dann. Tschüss.